Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI-Talk. Ich bin Niklas Volland und habe wie immer den wunderbaren Maxi Rabe hier dabei. Maxi, heute haben wir wieder die größten Namen, die größten Companies, die geilsten News. Ich freue mich riesig. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin zurück in Deutschland und auch am Donnerstag bei deinem Event dabei. Ich freue mich drauf und auch Grüße zurück zum wunderbaren Niklas. Ich habe hier direkt mal ein Riesenpaket für euch dabei. Ich muss sagen, Niklas, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an diesen Move von Apple denke. Was sind die News? Was sind die News? Die sind gerade in Gesprächen mit Meta, dass deren KI-Modelle in Apple Intelligence integriert werden. Jetzt lass mir dir kurz sagen, warum ich persönlich dabei absolute Gänsehaut bekomme. Und zwar ist es so, dass Microsoft, Meta, OpenAI, Google, Elon Musk und Apple im Endeffekt ein Haifischbecken bilden, um den Pokal der besten KI zu gewinnen. Und das ist auch im Moment der Fakt. Aber in einen Haifischbecken zu springen, ist natürlich nie smart. Du frisst dich gegenseitig auf und dann machst du dich nur kaputt. Das ist ein Preiskampf. Jeder probiert, den anderen abzufahren. Aber was macht jetzt Apple? Die wissen, die haben einfach die smarteste Plattform. Die wissen auch, dass jeder, der ein KI entwickelt, auf diese Plattform will, weil das einfach ein smarter Business-Move ist. Jetzt machen die mit allen großen Entwicklern Partnerschaften, um deren KI-Modelle zu integrieren und geben denen dafür Prioritäten bzw. die Möglichkeiten, Premium-Abos über Apple laufen zu lassen. Und es wird fair aufgeteilt. Das ist schon geil. Aber jetzt kommt so das Doppeltgeniale. Weil 99% der Menschen werden nicht kapieren, welche KI jetzt zu wem gehört. Es wird aber einfach alles unter dem Namen Apple Intelligence gezogen. Jetzt hast du die genialste Plattform, springst nicht in den Haifischbecken rein, nimmst den kompletten Haifischbecken mit und verkaufst zusätzlich noch alles so, als wäre es Apple Intelligence. Ich sag's dir ehrlich, ich liebe Strategie und darauf komme ich nicht klar, weil es ist der perfekte Move. Ja, es ist richtig krass. Ist halt wieder mal Apple-like so diesen Plattform-Gedanken, also so diese ganze KI-Dynamik einfach für sich zu nutzen, indem man seine weltbekannte, von allen gewollte Plattformen zur Verfügung stellt. Das ist in der Tat richtig smart und richtig gut. Also ja, so typischer Apple-Move, würde ich sagen. Vor allem, dass sie auch so aus dieser, ja, aus dieser, wie soll ich sagen, eher defensiven Position, wo ja viele gesagt haben, Apple ist mega spät dran mit KI, was soll da jetzt kommen, dass die da wieder an den Start kommen und mit vorne mitspielen können und so weiter, dass sie da sowas groß gemacht haben, das ist schon sehr, sehr cool. Von daher, ja, bin ich da voll bei dir, Maxi. Aber wir beleuchten an dieser Stelle und diesem Podcast ja auch immer beide Seiten. Deswegen habe ich eine News von Apple dabei, die ein bisschen in die andere Richtung geht, die, ja, vielleicht eher so ein bisschen negativ ist sogar. Und zwar ist es so, dass Apple in den letzten Tagen angekündigt hat, dass die KI-Funktionen in iOS 18, insbesondere Apple Intelligence, ja, in der EU auf keinen Fall vor 2025 verfügbar sein werden. Ist natürlich ein bisschen ein Dämpfer, ne? Ich meine, wir haben natürlich ja auch voller Euphorie berichtet von den KI-Funktionen. Aber was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist natürlich mal wieder die EU-Regulierung. Und zwar ist es so, dass innerhalb von Apple Intelligence da ein paar neue Funktionen an den Start gehen sollen, zum Beispiel das iPhone-Mirroring, wo du quasi dein iPhone-Screen auf dem Desktop oder auf einem Mac anzeigen kannst. Oder auch sowas wie SharePlay-Screen-Sharing. Das ist eine Funktion, wo du dich mit deinem iPhone quasi bei jemand anderem, bei jemand anderem iPhone draufschalten kannst und kannst der Person helfen. Keine Ahnung, wenn zum Beispiel deine Oma irgendwie was nicht findet oder so, dann kannst du ihr helfen damit. Remote, eigentlich eine geniale Funktion. Und jetzt ist es so, dass die EU-Regulierung bei den sogenannten Gatekeepern, das heißt bei den ganz großen Systemanbietern, vorsieht, dass Drittanbieter auf bestimmte Funktionen auch zugreifen können. Und das wiederum ist natürlich bei solchen sehr tiefen Systemfunktionen schon ein bisschen sicherheitsrelevant. Und da sagt halt Apple, okay, das können wir nicht machen. Das ist schwierig. Da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen, weil das gefährdet einfach die Sicherheit und den Datenschutz der User. Und deswegen wird auf jeden Fall diese Funktion und Apple Intelligence in 2024 nicht auf den Markt kommen in der EU. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, verständlich. Also verständlich, dass die EU solche, ja, dass die da entsprechende Regulierungen haben und dass man sich daran halten muss und so weiter, dass man auch nicht ein Monopol hat als Gatekeeper, dass man sein System ein Stück weit offen gestalten muss für andere und so weiter. Und jetzt könnte man auch sagen, okay, klar, Apple muss damit irgendwie umgehen, aber man kann das Ganze natürlich auch anders sehen und könnte denken, okay, Apple ist vielleicht auch einfach auch noch nicht so weit. Ja, also die haben auch angekündigt, dass die ganzen KI-Funktionen erstmal nur in amerikanischer oder englischer Sprache eben zur Verfügung steht. Also es wäre ohnehin erstmal nicht in Deutsch zum Beispiel verfügbar gewesen. Und man könnte sagen, ja, ob Apple da wirklich schon so weit gewesen wäre, die Funktion überhaupt dieses Jahr schon an den Start bringen oder ob sie da die Regulierung ein bisschen auch nutzen, um mal wieder zu sagen, ja, klar, dann können wir es natürlich noch nicht hier auf den Markt bringen. Man weiß es nicht, aber das ist natürlich ein kleiner Dämpfer. Nichtsdestotrotz, Maxi, es ist insgesamt trotzdem natürlich irgendwie schon genial, was Apple da mal wieder gemacht hat. Ja, voll. Also was ich halt nicht so daran mag, ist halt die Reaktion von der EU, weil ich meine, wir haben ja sowieso schon extrem viele Sachen, die gegen uns wirken. Nehmen wir jetzt die Demografie, also die Altersstruktur in unseren Ländern, nehmen wir den schwächenden Automarkt. Und für mich persönlich, wenn es Möglichkeiten auf dieser Welt gibt, dass ein Land vorantreiben kann und den Menschen auch sehr viel bringt, dann würde ich immer schauen, dass ich halt auch irgendwo mal ein Auge zudrücke. Das bedeutet nicht alles ignorieren. Deswegen sage ich auch ein Auge zudrücken. Du musst halt die Balance finden zwischen, okay, wir regulieren und wir gehen auch mal ein bisschen Risiko. Und ich hoffe und hoffen wir es nie gut in der Hinsicht, dass die EU dort ein bisschen locker lässt. Also die muss im KI-Bereich einfach lockerer werden, weil wenn wir diese Technologie nicht zulassen in Europa und auch nicht schnell damit lernen, umzugehen, dann wird es, also wird es echt extrem werden für uns, speziell Amerika und Asien, wie krass die uns outperformen werden. Und dann wird es auch irgendwann so sein, dass du dann mal nach Asien fliegst oder nach Amerika und dir denkst, wow, wie genial ist das hier alles schon. Es läuft alles so automatisch und es ist alles so viel einfacher und du lebst halt noch gefühlt in der Steinzeit in Europa. Und das würde ich sagen, das ist so der kritische Punkt für mich. Yes, absolut. Ich habe die Tage so eine Grafik gesehen, das fand ich doch ein bisschen amüsant. Da stand drauf, the US innovates, also die Amerikaner innovieren, Asia replicates, also die Asiaten machen nach und EU regulates, also Europa reguliert. Und da ist auf jeden Fall was dran, würde ich sagen. Und da müssen wir wirklich gucken, wie du sagst, Maxi, dass wir einfach im internationalen Vergleich schauen, dass wir, ja, da irgendwie wettbewerbsfähiger werden, dass wir nicht die Innovationen so stark abbremsen, wie es aktuell an vielen Stellen der Fall ist, weil, ja, sonst wird es halt einfach sehr, sehr schwierig, international langfristig vorne mitzuhalten. Und, ja, Maxi, was ich auch sehr spannend fand, es gibt ein neues Modell von Anthropic, Anthropic kennen bestimmt der ein oder andere, die ein oder andere schon vom Chatbot Claude, also Claude, Claude geschrieben, richtig geiler Chatbot und war aber lange Zeit ein bisschen unter dem Radar, weil auch, passt gut zum letzten Thema, nicht in der EU verfügbar, sicherlich auch aufgrund von Regulationsvorgaben und so weiter. Jetzt mittlerweile ist Claude aber verfügbar bei uns in Europa. Offiziell gibt es unter Claude.ai oder es gibt auch eine iOS-App. Unbedingt mal abchecken und da gibt es jetzt ein neues Modell, das heißt Claude 3.5 Sonnet und das schlägt tatsächlich GPT-4O und auch das Vorgängermodell Claude 3 Opus, das war das Vorgänger, also die haben mehrere Modelle gebracht in der Vorgängerversion und das Opus war quasi das absolute High-End-Modell und dieses neue Modell, was jetzt kam, 3.5 Sonnet schlägt eben Opus, schlägt GPT-4O in Benchmarks, also da vergleicht man ja immer Fähigkeiten verschiedener Chatbots, wie eben zum Beispiel GPT-4O im Bereich mathematische Aufgaben, Allgemeinwissen oder auch Programmierung und da ist 3.5 Sonnet Claude 3.5 Sonnet richtig krass und hat richtig spannende Funktionen mit drin. Du kannst darin zum Beispiel, das nennt sich Artefakt-Feature, in so einem Split-Screen ja, Programmieraufgaben durchführen, das heißt, der Bildschirm teilt sich dann so in zwei Teile und rechts läuft dann der Code, wo der Chatbot für dich programmiert, also hat extrem starke Coding-Skills, du kannst damit in, ja, ich habe so ein Beispiel gesehen, da hat jemand in unter 30 Sekunden eine vollfunktionale Web-App gebaut mit Claude 3.5 Sonnet. Es kann extrem gut auch interaktive Animationen bauen, also wenn du Daten visualisieren willst, auch konfigurierbare Diagramme, wo du zum Beispiel von Graphen irgendwie Farben umstellen kannst und so weiter und was ich auch spannend fand, es kann auch auf Schnittstellen von Drittanbieter-Software zugreifen, sodass du über Claude direkt zum Beispiel mit 11 Labs Sounds erzeugen kannst. Also du musst ihm einfach nur eine Beschreibung geben, wie die Schnittstelle funktioniert zu 11 Labs und dem dann wahrscheinlich noch einen Code, einen API-Code mitgeben, dass es eben auf die Schnittstellen zugreifen kann und dann kannst du einfach, dann kannst du da einfach innerhalb von Sekunden Sounds erzeugen oder eben auch mit anderen Drittanbieter-Software-Systemen kommunizieren über den Chatbot. Es ist extrem stark in logischem Denken, in Problemlösung, in Entscheidungsfindung, richtig krasser Chatbot und was vor allem mega, mega cool ist, es ist tatsächlich kostenlos nutzbar. Also wie gesagt, einfach auf Claude.ai oder die Claude-iOS-App runterladen, Android gibt es leider noch nicht und los geht's. Unbedingt mal testen, unfassbar starker Chatbot und tatsächlich ich, auf dem iPhone, nutze mittlerweile mehr Claude als ChatGPT. Also ist tatsächlich so. Deswegen absolute Empfehlung, check das unbedingt mal aus. Maxi, wie denkst du darüber? Ja, ich find's immer sehr schwer, zu sagen, was jetzt besser ist, weil es auch ultra schwer ist, zu erklären, warum jetzt dieser Chatbot den und den schlägt, den schlägt und besser ist wie der hier. Und da find ich's immer wichtig halt, dass halt, ja, die Benutzeroberfläche sehr einfach ist, damit's auch jeder verwenden kann. Was mir immer auffällt, weil das ist ja wirklich ne krasse Veränderung, ist, dass ChatGPT sich schon sehr stark auf den normalen User bezieht. Natürlich machen die auch viel mit Code und du kannst sehr viel machen, aber in der normalen Oberfläche bist du da eigentlich nicht unterwegs. Und die anderen Chatbots, die so als Konkurrenten auftreten, gehen aus meiner Sicht viel mehr in die Detailebene. Die gehen deutlich mehr in komplexere Sachen rein und sind dafür halt super. Und das ist nochmal wichtig für jeden, der das jetzt hier gerade gehört hat, sehr wichtig mitzunehmen, dass ihr müsst nicht 20 Chatbots auf jeden Fall auschecken und sagen, okay, was ist jetzt der Beste? Mit ChatGPT kannst du alles machen, wenn's nicht um komplexere Aufgaben geht. Aber sowas wie Claude hier ist halt ein genialer Move, wenn du speziell auch wirklich codest oder halt auch komplexere Sachen machst. Und das ist so mein Blickwinkel da immer drauf. Ja, absolut richtig. Also ich glaube, in diesem Dschungel an unendlich vielen KI-Tools und mittlerweile auch Chatbots und entsprechenden Modellen kann man sich sehr schnell auch verirren. Deswegen bin ich da voll bei dir, Maxi. Am besten man sucht sich einfach so seinen Favoriten aus, bleibt da einfach am Ball und wenn man da auf ChatGPT setzt, dann hat man definitiv, ja, denke ich so, mit den stärksten Chatbots am Start und kann da auf jeden Fall auch eigentlich alles mitmachen, was man machen können muss mit Chatbots. Von daher vollkommen richtig, Maxi, absolut. Vielleicht passend an der Stelle gibt's auch von OpenAI was Neues, was ich interessant fand. Das war nämlich ein Interview mit der CTO von denen, die Mira Murati, die hat was Spannendes gesagt in einem Interview und zwar ging's da um das Intelligenzlevel der verschiedenen Modelle der ChatGPT-Versionen und die hat gesagt, ich fand das, hat's wirklich ein bisschen veranschaulicht oder greifbar gemacht. GPT-3.5 hatte im Prinzip so, wenn man so will, wenn man so will, Kleinkindintelligenz für spezifische Tasks. GPT-4 hatte dann sozusagen die Intelligenz von smarten Highschool-Studenten und jetzt kommt's, das nächste Modell hat nach ihrer Perspektive dann ja PhD, also Doktorandenintelligenzlevel in Bezug auf spezifische Tasks. Ja, mega spannend und dann hat sie auch so ein bisschen verklausuliert auch noch gesagt, nächstes Modell, natürlich, man versucht dann immer auch als Interviewer rauszufinden, wann kommt denn das nächste Modell und hat dann gesagt, okay, dieses nächste Intelligenzlevel wird dann zu einem Jahr, in eineinhalb Jahren erreicht, könnte man jetzt so deuten, als dass tatsächlich das nächste Modell von OpenAI dann erst in einem oder eineinhalb Jahren kommt, aber das glaube ich nicht, also wenn man sich die Entwicklung anschaut, siehe, was wir gerade vorgestellt haben, Cloud 3.5 Sonnet, da können die nicht in einem Jahr noch warten, bis sie das nächste Modell bringen, also das ist so meine Perspektive, was denkst du Maxi? Ja, wieder das Thema, it's all a game, also wäre natürlich schlau zu sagen, nach außen, okay, es kommt erst in eineinhalb Jahren, damit alle schön langsamer werden und dann auf einmal in einem halben Jahr was gedroppt wird, ist ja auch smart, wenn man die Erwartungen erstmal ein bisschen runtersetzt, aber ja, genau, ich sehe es genauso wie du, es ist, die können nicht warten, keiner kann warten, warten ist jetzt absolut der größte Fehler, den jedes Unternehmen hier machen kann, niemand wird abwarten, ich habe das auch damals gesagt, als ChatGPT rausgekommen ist, also nicht rausgekommen ist, aber als es in Hype gekommen ist, im November 2022, da sind alle großen Unternehmen, die 100% die CTOs und die CEOs, sind alle in die Entwicklerbude reingerannt und haben die alle erstmal zusammengeschrieben, gesagt, hey, wenn ihr in den nächsten drei Monaten nicht einen eigenen Chatbot entwickelt, werfen wir euch alle raus und ich bin mir sehr sicher, dass bei jeder Entwicklung, die jetzt so kommen wird, das immer genauso ablaufen wird, deswegen irrelevant die Aussage und sehe ich genauso. Also es wird mit Sicherheit eher noch schneller gehen, als jetzt irgendwie sich verlangsamen, weil das wäre ja faktisch der Fall, wenn erst in einem Jahr das nächste Modell kommen würde von OpenAI, von daher sehe ich das auch so. Ja, Maxi, auch spannend, wenn man sich mal anschaut, was sich im Bereich der Robotik tut, wir haben ja auch hier öfter schon berichtet, sehr spannende Player am Markt. Was ich hier jetzt interessant fand, ist auch einfach die Art der Roboter, die sich da, ja, die verschiedenen Arten, die sich da entwickeln und zwar gibt es jetzt sowas von, ja, im medizinischen Bereich, das nennt sich PillBot und das ist im Prinzip wie eine Art Pille oder Kapsel, die du schluckst und das ist aber tatsächlich ein Roboter und dieser Roboter sammelt dann medizinische Daten über dich. Finde ich ziemlich wild, dass man da im Prinzip einen Mikroroboter schluckt, der dann Daten sammelt, nennt sich dann PillBot und das sind natürlich sehr wertvolle Daten auch, um einfach letzten Endes auch KIs zu trainieren und auch Technologie weiterzuentwickeln, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so einen Roboter, so einen Mikroroboter schlucken und in mir haben wollen würde, keine Ahnung, wie siehst du das, Max, wie würdest du das machen? Ja, wer mag schon Kontrolle abgeben, dann schluckst du irgendwas und hast keine Ahnung, was eigentlich in dir passiert, sehe ich ähnlich, das wird halt, wenn du nicht komplett aufgeklärt wirst und ich glaube, das ist extrem schwer, darüber komplett aufgeklärt zu werden, weil es ein ultra komplexer Prozess ist, ist es natürlich schwierig, dass es auch überhaupt jemand macht, natürlich gibt es Leute, die dann sagen, ist mir egal und dann könnte es wahrscheinlich natürlich wieder sehr hilfreich werden, ich kenne mich aber in der Medizin nicht so gut aus, dass ich, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das deutlich besser sein soll, ich kann mir vorstellen, dass es kosteneffizienter ist, wie jetzt die ganze Zeit MRT-Scans zu machen oder halt, ja, in gewissen Detailebenen was rauszufinden, so könnte ich mir vorstellen, dass es darauf eine Lösung ist, aber sonst echt schwierig, wirklich, wirklich schwierig, aber da finde ich jetzt, gibt es jetzt natürlich das andere Bild und zwar haben Forscher auch gerade rausgefunden oder beziehungsweise entwickeln an einem KI-gesteuerten Bluttest, der die Parkinson-Krankheit bis zu sieben Jahre vor dem Auftreten von Symptomen vorhersagen kann und damit möglicherweise auch die frühen Diagnosen und Behandlungen revolutioniert. Im Endeffekt ist es so, dass die KI beziehungsweise erkennt Marker in Blutproben, die halt Entzündungen oder Proteinabbau vorhersehen beziehungsweise aufzeigen und dadurch probieren die vorauszusagen, wann sich die Krankheit entwickelt beziehungsweise wie das Stadium ist und da haben die eine 10-Jahre-Studie gemacht, die eben gezeigt hat, dass 79% der Patienten früher erkannt worden sind. Wie diese Studie gemacht worden ist, habe ich mich auch gefragt, wie kannst du jetzt schon eine 10-Jahre-Studie machen, wenn es jetzt entwickelt wird und die haben im Endeffekt halt frühere Blutproben genommen von Parkinson-Patienten, die halt dann später Parkinson bekommen haben und das nicht erkannt wurde und haben das dann sozusagen rückgetestet. Und 79% ist ein geiler Wert, das ist wirklich ein geiler Wert. Und im Endeffekt, das ist noch ein wichtiger Fakt, das KI-Modell sagt, Parkinson in einigen Fällen bis zu sieben Jahre vor dem Auftreten vorher. und das ist geil, weil ich persönlich, wie gesagt, Medizin ist mega überlastet und Krankheiten sind da, um zu heilen. Und das wäre schön, weil wenn wir Diagnose, Diagnose ist wirklich was, wo ich sage, würde ich auch gerne abgeben beziehungsweise können KI-Modelle wahrscheinlich deutlich besser wie wir. Und da ist so ein, wieder so ein Punkt erreicht, wo ich sage, einfach nur genial. Absolut, das ist mega, das ist Hammer. und da kann man auch gut nachvollziehen, warum Zukunftsforscher und Forscherinnen immer sagen, dass ja Menschen in der Zukunft einfach viel, viel älter werden. Die sagen, dass die nächste Generation an Menschen auch schon bis zu 120 Jahre alt wird und dann wird sich das halt immer erweitern. Natürlich, weil wir einfach mit Daten arbeiten können, weil wir KI einsetzen können, um frühzeitig Krankheiten zu erkennen, entsprechend gegenzusteuern, bis hin zu diesem Szenario, dass du irgendwann wirklich mal so tagesaktuell deine Gesundheitswerte hast und von der KI explizit Vorschläge bekommst, was du an Nährstoffen zu dir nehmen sollst, um halt nicht krank zu werden, um halt vielleicht auch nicht schwere Krankheiten zu entwickeln. So dieses, ja wie kann man sagen, Predictive Health mäßig und ich finde solche Anwendungsfelder auch mega faszinierend. Von daher sehr, sehr geil. Vielen Dank, Maxi, dass du das ja mit eingebracht hast. Es ist immer wieder super cool und spannend zu sehen, was sich da tut im medizinischen Bereich. Echt Hammer. Und ja, nachdem wir jetzt ein kleines Kurs in die Medizin-Ecke gemacht hatten, trotzdem nochmal zurück zu den Chatbots. Ich habe nämlich abschließend noch eine sehr, sehr geile News von Grog. Also Grog kennen wir, ist ja von XAI, das ist die KI-Company von Elon Musk, über den wir auch sehr, sehr häufig und sehr gerne sprechen. Und die haben wieder mal einen wahrscheinlich sehr genialen Move gemacht. und zwar ist ja Grog der Chatbot von denen bis jetzt so ein bisschen unter dem Radar geflogen und man könnte sich jetzt die Frage stellen, okay, was können die eigentlich machen, dass sie auf lange Sicht doch in irgendeiner Art und Weise vorne mit Anbietern wie Claude oder JetGPT mithalten können und Elon Musk wäre nicht Elon Musk, wenn er in irgendeiner Art und Weise nicht irgendeinen krassen Move in der Hinterhand hätte und da gibt es jetzt erste Anzeichen drauf, dass genau das passiert, nämlich haben Programmierer so erste Hinweise darauf gefunden im Code, dass Grog tatsächlich mit Journey-Technologie integriert, dass du quasi dann irgendwann in der Lage sein wirst, mit dem Grog Chatbot über mit Journey-Technologie Bilder zu generieren und das finde ich halt richtig genial, weil bis jetzt hat das noch kein Chatbot und ich finde, es ist meine persönliche Meinung, die Bilder, die du mit Chatbots generieren kannst, allen voran ChatGPT und DALE sind alle noch nicht auf so einem geilen Level meiner Meinung nach, wir haben jetzt auch gesehen bei Apple, Apple will ja in Apple Intelligence auch so eine Bildgenerierungsgeschichte integrieren, aber auch keine realistischen Bilder und jetzt hätten wir dann auf einmal einen Chatbot, mit dem du über die meiner Meinung nach beste, also wirklich sehr subjektiver meiner Meinung nach beste Bildgenerierungstechnologie am Markt ultra geniale hochrealistische Bilder generieren kannst und damit wäre dann GROG auf einmal doch wieder ultraspannend, also wieder mal ein genialer Move, wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur so Anzeichen, das ist nicht bestätigt oder so, aber die Coding-Segmente, die man da gefunden hat, deuten darauf hin und ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht wieder mal absolut genial, oder? Ja, also das Problem bei Mid-Journey ist ja, dass jeder sagt, okay, das ist das beste Bildgenerierungstool, aber 99% können es nicht richtig verwenden, was halt sehr komplex ist, du musst schon sehr gute Fähigkeiten haben und sehr gut von Prompts verstehen, damit du auch wirklich gute Bilder generieren kannst beziehungsweise auch das, was du dir vorstellst. Mit GROG jetzt, wenn es in ein Chatbot integriert ist, wird es natürlich deutlich einfacher gemacht werden nach außen und so wie wir Elon Musk auch kennen, probiert er komplexe Dinge immer simpel runterzubrechen und das ist eine schöne Entwicklung. Aus meiner Sicht ziehen die dann auch sehr viele Designer beziehungsweise Leute, die auch ihr eigenes Business haben und das brauchen, sehr viele auf deren Chatbot dadurch, weil eben Mid-Journey dieses Riesenproblem hat, dass es zu kompliziert ist und daher mal wieder guter Schachzug. Absolut, absolut. Ja, das stimmt natürlich, was du sagst, Maxi, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass Mid-Journey so von dem Bildgenerierungsprozess her definitiv das Tool ist, was so die komplexesten Prompts braucht, aber klar, wenn du jetzt über einen Chatbot in natürlicher Sprache einfach dein Bild beschreiben kannst, so wie wir das von ChatGPT und DALL-E kennen und das Ganze dann eben im Hintergrund in einen Mid-Journey-Prompt umgewandelt wird und dir dann genau das Bild liefert, das ist einfach genial, von daher, ich freue mich drauf zu sehen, ob es tatsächlich so kommt. Ja, schauen wir mal. Ja, Maxi, soweit mal zu den News, aber wir haben natürlich noch unsere neue Kategorie, nämlich das Thema KI-Tipps so allgemein, alles was hilft, alles was man schnell umsetzen kann, alles was vielleicht Prompts besser macht und so weiter. Letztes Mal hatte ich einen Tipp eingebracht, Maxi, heute bist du dran, was hast du denn heute mitgebracht? Yes, Sir, also, es ist extrem krass, wie unterschiedlich die Antworten sind, wenn du ChatGPT eine Rolle gibst und was meine ich damit? Wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Marketing-Text generieren lassen möchtest, dann ist es sehr wichtig, dass bevor du deine Anforderungen stellst, ChatGPT sagst, hey, du bist ein Marketing-Genie oder ein Marketing-Experte, der schon über 40 Jahre Erfahrung hat und die genialsten Unternehmen damit hochgezogen hat und dann fängst du an, deine Thematik zu beschreiben, was er machen soll und ich kann dir versprechen, dass deine Antworten mindestens um 50% besser werden. Du kannst dann teilweise sogar noch einen draufsetzen und so, was ich gern mache ist, ich habe in gewissen Bereichen Idole. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich komplizierte Dinge einfach erkläre, ist für mich Nawal Ravikant mein Idol und was ich dann immer oft mache ist, dass ich in ChatGPT reingehe und sage, du bist Nawal Ravikant und bitte funktioniere und tic genauso wie er und dann gebe ich eben das Thema rein und das hilft mir dann oft halt in diese Köpfe mich rein zu begeben. Dadurch kann ich dir auch wieder versprechen, du wirst extrem genaue Ergebnisse bekommen und du wirst dich wundern, weil es nicht so robotisch klingt und es klingt nicht so wie JGBT. Vielleicht noch einen letzten Minipunkt dazu, der auch noch immer ganz gut passt, ist, dass wenn du auch einen gewissen Schreibstil liebst, sagen wir mal, irgendwie deinen Favoriten, einen Autor oder auch es liebst, wie gewisse Menschen sprechen, da kannst du ihm das auch sagen. Ich kann ihm sagen, hey, bitte sprich so wie Olaf Scholz zum Beispiel oder schreib so, wie Olaf Scholz es schreiben würde. Würde ich jetzt nicht persönlich jetzt machen direkt, aber das ist nur ein Beispiel. Und da kriegt ihr auch echt gute Sachen rum. Also das müsst ihr unbedingt mal umsetzen. Probiert das direkt aus, schreibt uns dann auch rein, was dabei auch rausgekommen ist und wie es geholfen hat. Ja, genial. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Da ging es mal darum, eine Vision für ein Projekt, ich weiß nicht mal, ob es ein Projekt oder sogar eine Firma war, zu schärfen, zu entwickeln und habe dann im Prinzip gesagt, ich bin in der Diskussion, im Austausch mit Steve Jobs, Elon Musk und Bill Gates und du repräsentierst jeweils die Perspektiven dieser Personen und habe dann sozusagen im Dialog mit diesen Personen die Vision geschärft und da kamen echt geile Sachen bei Roast. Also von daher, diese Rollen geben, das ist wirklich ein richtig krasser Move. Von daher, vielen Dank, Maxi. Ich glaube, das hilft vielen wieder sehr weiter. Ja, Maxi, sehr geile Folge, hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich schon auf die zweite Ausgabe diese Woche und ja, ja, gute Zeit für alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.